Es wird gespielt! Oh! Zack! Pferde! Alter! Die Person hat komplett hier so eine Pferderenn-Map gebaut! Moin Leute! Herzlich willkommen zu einer Runde von Minecraft Job World! Und im Hintergrund seht ihr schon unseren heutigen Gast, der gute alte Mr. Wargame! Hi! Ich sehe dich! Du alter kleiner Stalker! Und wir werden heute eine Map zocken, die ich mir zumindest schon mal angeguckt habe. Und zwar ist das Palutne-Mario-Party. Das ist eine Map, die wurde sogar einmal Jump'n'Run des Tages. Dementsprechend wurde sie auch schon fast 37.000 Mal gezockt. Und ja, habe ich auch schon einmal ganz kurz reingeguckt. Ich war zu neugierig. Ich weiß, wir werden das jetzt auf jeden Fall zocken. Und jetzt kommt der Cut, denn es lädt relativ lang. So Leute! Wir sind auf der Map. Und ganz am Anfang steht natürlich herzlich willkommen zum Kampf der Giganten von GLP und Palutin. Heute spielen wir nicht Mario Party, sondern Mario Jump! Und ihr seht schon, hier ist so ein bisschen Awesome-o-Pixel-Art. Und der gute alte Muri, der springt hier... Oh! Er ist so ein bisschen gestolpert. Ich bin nicht so der Jump-in-one-Profi. Ich geb mein Bestes. Ja, ja. Ach, das ist ja auch ne ganz lockere Atmosphäre hier. Aber das ist echt cool gemacht. Also ohne Scheiß jetzt. Ich finde das wirklich, weil... Der kann ja auch nicht irgendwie da was reinkopiert haben, sondern die Person... Oh, warte mal. Ich hab auch gar nicht gesagt, von wem das ist. Das ist von Xemiro. Kollege, respect an dich, Alter. Du hast eine 6 gewürfelt. Jetzt kommt man zu Yoshi. Hup! Yoshi! Wir wollen doch gar nicht zu Yoshi, oder? Wir können zumindest... Ich weiß gar nicht, was man dann da genau machen kann. Krieg jetzt hier einen Jump-in. Ich stell mich grad voll doof an irgendwie. Ach, ich bin nach oben Teleport... Ach, das ist ein Teleporter. Richtig. Du hast hier einen komplett anderen Weg... Oh, Muri. Bisschen gestolpert. Schau ich das jetzt? Das ist ja nicht der Checkpoint gewesen, wo ich langgelaufen bin. Okay. Ja, warte. Ich bin gerade noch bei Yoshi zugange. Ich guck mir das Ganze hier mal ganz kurz an. Vielleicht ist das ja eine Abkürzung. Was kann ich denn hier machen? Ich glaub, du darfst es dir nur angucken. Weißt du, was ich meine? Ach so. Schaff ich den Sprung von hier oben? Du doof, Mann. Nee, das schaff ich nie im Leben. Nee, ich glaub... Muri! Muri! Ich hab... Ich hab meine Arme aufgehalten für dich. Oh Mann, ey. Das hat aber nicht ganz funktioniert. Hier muss ich jetzt auch... Ich muss da komplett noch einmal runterjumpen. Ach, ich war hier bei Peach wieder auf dem Kopf. Letztes Mal hast du mich auch... Äh, gut. Aufgefangen. Weißt du noch letztes Mal? Auf dem Spielplatz, wo ich runtergefallen bin. Als wir beide mal wieder auf dem Spielplatz waren... Ja, da bin ich ja runtergefallen. Da hast du mich aufgefangen. Ja. Das Problem war allerdings, dass ich auch lange nicht mehr auf dem Spielplatz war. Es wird gespielt. Oh. Zack. Pferde... Alter! Die Person hat komplett hier so eine Pferderenn-Map gebaut. Alter. Das Pferderenn habe ich gehasst. Oh. Echt? Ich liebe das. Aber vor allen Dingen, weil ich in letzter Zeit... Muss ich sagen, Manu hat bei Pferderenn immer gewonnen. Es war unmöglich gegen ihn zu bestehen. Aber in den letzten paar Runden, da habe ich... Oh! Da wird man ja auf einmal ganz wieselflink. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Ja. Ich habe es geschafft, ne? Ich bin der Beste. Du bist eine Maschine. Ich bin ein bisschen hängen geblieben. Ja. Komm schon. Jawohl. Und weitergekommen bist du auch nicht. So. Wieder ab nach oben. Bam, 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 bam. Ich finde, das hat er echt geil gemacht mit dem Regenbogen, ne? Also das gefällt mir. Es ist wie diese eine Map halt bei dem guten alten... Oh, warte mal. Jetzt gibt es hier den Jump Boost. Zeig ich knaggig. Ey, das ist geil. So weit habe ich das auch gar nicht gespielt. Ich habe das nur bis zu diesen Pixel-Arts gezockt. Und da sah das schon cool aus. Aber das muss ja eine Schweine-Arbeit gewesen sein. Zack. Da gibt sich mal jemand Mühe. What's up? Ja. Das ist... Oh, ne. Das muss man sagen. Die Leute... Ich habe ja schon das eine oder andere Mal jetzt Jump World gebracht. Und da waren echt... Also Respect an euch, Leute. Das muss man den Leuten einfach mal lassen. Ich hatte schon echt tolle Maps, ne? Und gewonnen hat... Oh, ich bin runtergefallen. Ne, ich hatte auch schon tolle Maps tatsächlich. Aber manchmal hat man auch so treue Maps, die echt doof sind. Echt? Ne, das hatte ich bis dato noch nicht. Hatte ich schon. Ich sortiere dann immer nach den Bestbe... Oh, Muri. Nicht traurig sein. Wieso bin ich denn hier zwei da geworden? Das ist ein Skandal. Das ist wirklich... Oh, hier musst du würfeln. Oh. Du würfelst eine 2 um. Äh, und im Goldwürfel... Yay! Eine 5. Weiter geht's. Kann ich da... Oh, warte. Ich wurde zurückteleportiert. Ich bin mal zu doof geworden. Oh, nein. Oh, das ist... Oh, das ist... Obwohl das geht, glaube ich, hier noch, ne? Das ist leicht gewesen. Zack, mal gucken, welcher Spiel... To Luigi. Das geht, also da kann man dann wieder Luigi anschauen. Ach so, da kann man dann hoch... Aber das müssen wir jetzt ja nicht unbedingt... Oh, da ist ein... Digger Donkey Kong. Hä? Ich wurde jetzt hier schon wieder komplett nach hinten teleportiert. Das ist ja skandalös. Was machst du denn, mein Junge? Ach, ich weiß nicht. Muri, was gab's mir heute bei dir zu essen? Machen wir den Essenstalk? Leider... Leider noch gar nichts. Was? Muri, du enttäuschst mich. Ich hab... Ich hab schon überlegt, was ich heute überhaupt essen soll. Ich kann mich grad nicht entscheiden. Ich muss halt noch einkaufen. Was ist denn in der engeren Auswahl? Oh, ich hätte echt Bock auf Rulasch oder Chili con carne, ey. Oh, Chili con carne hab ich mir heute gekauft. Allerdings so'n... So'n fettig Chili con carne. Boah, das muss man selber machen, Junge. Ja, ach Muri, du weißt. Ich bin nicht grade so der... Du und deinen alten Tagen. Oh ja, Mensch. Es wird gespielt. Ich finde das Portal vor deinem Gegner. In... Bohnen gibt es Löcher. Labyrinth, aber passt auf. Okay, warte mal. Dann gucken wir mal. Schauen wir mal, wer hier als Erster... Nein, ich hab eine Sackkasse. Ah, ich hab Sackkasse. Und ich hab Sackkasse. Und ich hab Sackkasse. Oh, verdammt, ich hab auch eine Sackkasse. Okay, komm schon. Oh, hier ist ein bisschen TNT. TNT. That's my dynamite. TNT. Von wem war das Lied eigentlich TNT? ACDC, oder? Echt, stimmt. Oh, das ist schon grad ein bisschen peinlich, dass ich das nicht wusste. Das ist ja relativ bekannt. Oh, hi Muri! Hast du denn einen Ausgang, Alter? Nee. Nee. Da vorne ist einer. Da musst du ein bisschen weiter. Einfach ein bisschen weitergehen. Ich weiß nicht, wo es weitergehen soll. Wo warst du denn hier schon? Äh, ich war hier auch schon in der einen oder anderen Sackkasse. Ich glaub, ich war hier auch... Warte mal, nicht hier rein? Oh, oh, oh. Oh? Achtung, Achtung. Nee, 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 da war ich auch schon. Verdammt. Ich dachte, ich bin voll auf der richtigen Fährte. Nee, nee, nee. Wir sind irgendwie... Das ist, das ist doch ein... Das ist... Hier geht's gar nicht weiter. Oh. Hä? It's a prank? Fragezeichen. It's a prank! Komm schon, das kann doch nicht wahr sein. Wo geht's denn hier lang? Ah, hier war ich noch nicht. Bin ich auf der richtigen Fährte? Dies und mehr sehen wir in der nächsten Folge. Und Cut. Oh, oh, hi! Hä? Ah, hier geht's auch weiter. Oh, oh. Ich muss mich noch irgendwie überholen. Ich muss mich noch irgendwie überholen. Ich muss mich noch irgendwie überholen. Gutes Gefühl, Alter. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Jaaa! Nein! Oh, knappe Sache. Oh ja, das ist aber hier. Erst auf paar Looten. Ne Lüge. Ah Mensch, ey. Zurück zum Spielfeld. Alright, oh. Oh, da. Alright, alright, ich bin echt so doof, manchmal diese großen Sprünge zu machen. Das ist nicht so mein Fachjargon. Oh, hä? Ich hab ne Enderperle. Wo sollen wir die hinwerfen? Ach so. Ja, das ist ne sehr, sehr gute Frage. Klappt da hinten in das Bunte, oder? Oh, stimmt. Ja, warte, wenn man hier so. Oh, nein. Das ist ja rübergeworfen. Das war ein Fail. Ha! 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 Hast es geschafft? Du bist voll schlecht, Palutenma. Du bist so schlecht, Mom. Ehh! Ich fang sie. Ha! Treffer! Ja! Okay, direkt die nächste Ender-Schmau. Boah, du bist ja ein Ender-Perl-Experte. Oh, ich hab's auch geschafft. Gespielt wird. Oh, ich darf nicht spielen. Warum? Wer war ich runter... Oh, verdammt, ich bin schon wieder runtergefallen. Willkommen zum... Warte auf dich. Willkommen zum Ender-Perlen-Parcours. Okay. Okay. Drei, zwei, eins. Go! Ha! Hallo! Nach hier oben? Ich steck fest. Okay. Also, hier gibt's keine, wie du steckst fest. Immer noch? Ja, warte. Ich mach mal eben Selbstmod. Okay. Alter. Du musst den jetzt hinwerfen. Hä? Checkpoint erreicht. Ah, ich bin da weiter. Ach, ich hab Sprung. Ach so, warte mal. Oh, das hab ich auch direkt geschafft. Ah, das ist ja geil. Zack. Nee, das hab ich wieder nicht. Das ist der Sprung. Und dann ein bisschen höher. Ey, das ist geil. Ich sage dir, Muri. Oh, da hat er's geschafft. Da muss er natürlich die Bugs von Muri aus... ausnutzen. Aha, man darf... Okay, ich muss von hier aus werfen. Zack. Und da ist das Ding. Meine Damen und Herren. Alter, darfst du fliegen? Ich sehe nur irgendwelche Enderschmalz fliegen. Das ist gar nicht so leicht, Alter. Nee, nee. Auf dieser Plattform zu landen, ist wirklich nicht easy going. Ich guck mir schon mal. Nur noch ein Spiel. Oh, oh. Ich mein, du bist ja rein theoretisch sowieso ein bisschen... Ah, wie sie flinker in Jump'n'Runs. Deswegen... Geh ich jetzt hier schon mal ein bisschen... Bisschen vor. Zack. Ja! Alter, unten sehe ich dich sogar. Okay. Das hab ich schon mal geschafft. Über den Wolken. Oh, ich hasse diese Sprünge, Mann. Diese... Du schaffst es. Ich glaube an dich. Oh, Muri. Ich schaffte es in einen diesen Pinken. Da ist immer echt fiese Sprünge dabei, finde ich. Siehst du das? Ja, ich bin da auch zweimal... zweimal dran hängen geblieben. Komm, Muri. Oh. Und jetzt. Jetzt. Oh. Profi. Profi. Der ist er. Gespielt wird. The Dropper. Oh, das ist meins. Oh, da rennt er schon direkt... Direkt vorne weg. Oh, oh. So viel dazu, dass das meins ist. Zack. Ab ins Wasser. Ach, das war's schon. Es gab nur einen kleinen Dropper. Gewonnen hat. Oh, gewonnen hat. Willkommen im Olymp. Ich hoffe, euch hat unsere Map gefallen. Bitte bewertet fair. Die war mega. Babbild bei... Oben ist... Seniro und Babbel... Oben ist das Ziel. Oh. Oh. Oh, oh. So ein bisschen... bisschen icy. Ho. 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 Jawoll. Wo ist es? Da ist das Ding. Jawoll. In 9 Minuten 43. Ich... Ey, ich muss ganz ehrlich sagen. Das war mega geil, die Map. Also... Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Bewertung abschließen. War auf jeden Fall zurecht. Map des Tages am 15.03.2016. Ich wollte fast 2015 sagen. Aber das... Oh, oh, oh. Buri. Ist ein bisschen abgestürzt. So, Leute. Das war's mit dieser kleinen Runde von Minecraft Jump World. Schaut unbedingt bei unserem heutigen Gast. Mist. Ja. Schaut bei mir vorbei. Ich mach YouTube-Videos. Ja, ja. Ja, ja. Er ist ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Oh. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst sehr, sehr gerne eine kleine Bewertung da. Baut sehr, sehr gerne weitere Maps. Ey, wie gesagt, ich fand die Map richtig geil. Leute, haut rein. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.